Die nachfolgende Sendung ist für Zuschauer unter 18 Jahren nicht geeignet. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Erzähl kein Mist mehr, Mia. Ich will antworten. Ich weiß. Ich weiß. Du hast recht. Und ich wollte es dir ja sagen. Aber ich kann mich nur an wenig erinnern und der Rest ist einfach weg. Danny, stimmt's? Was dagegen, wenn ich mir Mami kurz ausleihe? Steh da nicht nur so rum. Tu etwas! Bitte mir Hilfe! Verdammt! 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 3.000! Verdammt! 4.000! 4.000! 5.000! 5.000! 3.000! 4.000! 4.000! 5.000! Ah. Das war's für heute. 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 Okay, du, du... Nicht mehr Schätzchen! Ich helfe mir! Ich helfe mir! Mein Name! Ich helfe mir! Ich helfe mir! Ich helfe mir! Ich glaube, das ist es! Ich helfe mir! Eine Warnung wäre nicht schlecht gewesen! Das tut mir leid. Was ist mit dem Serum? Hab keins gefunden. Aber ich weiß, was wir dafür brauchen. Ein Kopf und Arm einer D-Serie. Das kann nicht stimmen. Ein Kopf. Ich glaube, den habe ich hier irgendwo rumliegen. Hast du? Ich weiß aber nicht, wo der Arm ist. Hast du das ganze Haus durchsucht? Nein, noch nicht. Ich muss mich noch im oberen Stock hier umschauen. Okay. Schau dort nach. Komm zum Wohnwagen, wenn du ihn hast. Ja. 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 Schau dort ruhig! Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das ist neu. Das war's für heute. 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 Das war's für heute.